Nö, du meinst Freunde, komm mir zu Röder, Rainbow Six hier mit den Dicken hier mit dem Manus und mit den Kuhstraten. Äh, was? Ich dachte, du meinst Manus. Was? Natürlich meint er mich nicht. Ach, Early stimmt, sorry. Hä? Warte mal, Fuse ist Kacke. Eigentlich ist es total kontraproduktiv in dem Flugzeug. Total kontraproduktiv. Nein, die Sniper ist cool. Ja, als es noch keinen richtigen Sniper gab. Also, Flugzeug, ich schätze eine Minute fünf. Oh, nee, nee, nee. Flugzeug ist nicht so viel. Ich sag 55 Sekunden. Eins, zwei. Ey, jetzt mach das aber eng hier. In fünfer Schritten wird geschätzt. Wir sind aber schon bei 50. 1,5 hab ich gesagt. Haltet euch fest, das wird hart. Auf den Punkt. Eins, treu jetzt. So, 58. 1,5, Baby. 1,5, 1,12. 1,3. Das war 1,5 wirst du sehen. 1,5. Ja, 1,5. Fragt mich, ich sag's immer wieder, frag mich. Wie geil ist das denn? Genau bei 1,5. Och, Mann, wie kann ich das für Glück haben. Wo ist denn der gute Raum? Wenn du beim Flugzeug direkt reinkommst, erste Wand, wo du Kreuzfeuer machen kannst. Ach so. Wuh. What? Ernsthaft? Wir spawnen aber auf der richtigen Seite. Woher siehst du, wo wir spawnen? Kurz bevor dieses Flugzeug eingeblendet wurde, warst du ganz kurz ingame. Das sechster Kerner siehst du das nicht. Ne, du brauchst ja einen Octar, Hexer ist kacke. Ja, Hexer, ey. Ja, Hexer-Chorst scheiße. Du brauchst überhaupt Duo-Chor. Ja, ja. Vier Duel-Chorst brauchst du. Pass auf, ey. Das ist so eine richtig behinderte Map für Rausgucker. Ja, für Juan sonst. Für Söhne von Juan. Loll, sag ich's nicht. Ich geh mal mit der Schock-Drohne rein. Recht, um der Ecke ist einer. Er hat geschockt. Wenn die nicht aufstehen, ne? Ja, ist Wetter für den Sniper. Die schießen aus den Raus raus. Denk dann, wir müssen leider schnell irgendwie ein Spruch durchkommen. Selbst wenn wir den anderen Eingang nehmen. Weil sonst haben die auf jeden Fall Vorteil. Hat ihn getroffen. Die Drohne mittlerweile kaputt, oder? Oh, hinten im Raum. Hinten aus dem Raum schießt's. Hinten rechts. Fack. Ach, lol. Ist noch nicht tot. War mich wie, weil eigentlich war ich schon unten? Hinten aus dem Link am Raum ist da. Ja, ich war eigentlich schon unten. Nein, er traufe, er traufe. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ach, ich war alleine. Ich schaff das Flugzeug wie die Pest. Hm, das ist doof. Ups, das ist auch mal gefallen. Das ist geil. Das ist geil. Lol, was? Seit wann kann man aus den Dingern rausschießen? Wow. Seit wann kann man aus der Kamera um? Seit wann kann man aus den Fenstern rausschießen? Mit der Sniper kannst du das. Nur mit der Sniper. Oh, du hast einen Sniper, ich darf das keine Shotgun. Nein. Da, du hast Glass. Er spielt Glass. Ich darf das nur eine Shotgun. Nee. Ich bin zur Zeit, denke ich da schon. Du hast doch gesagt, Twitches nutze, sobald es einen richtigen Sniper gibt. Schmecken. Das ist kacke. 5 AP. Das Ding ist durch. Ja, ich habe ihn schon gehört, aber es sind ja mehr als zwei. Ich habe gehofft, er wartet einfach noch und will mich messern oder sowas. Schade. Das wäre, ich hasse dieses Flugzeug, ich hasse das. Bei der Map musst du nicht durch die, da musst du einfach erstmal ins Flugzeug reinkommen und dann von innen was machen. Du kannst die eine Tür nicht benutzen. Also die hinten oder was? Nee, da wo ihr rein wolltet. Die kannst du nicht nehmen. Das stimmt. Wenn du da gescheuert wirst, da gibt es keinen Eingang. Die ist echt gut zu halten, die Tür. Ach. Reni? Ja, ja. Ich dachte, Rekrut Sachsen meldet sich zum Dienst. Nein. Kuntran, hast du doch schon mal geladen, Mensch. Du musst den Innenraum jetzt noch laden. Wieso haben wir den doofen Raum? Hallo. Ich war als erstes hier, ihr Arschlöcher. Wegendrängelt, Junge. Drei Drohnen drin. Eine habe ich. Also aber nicht von denen rein. Warte mal, Leute, wir müssen ja ein bisschen verstärken. Wir werden die ganze Zeit gespottet. Habe ich. Eine müsste noch sein. Warte mal, ich muss die erst mal dicht machen. Scheiße. Äh, äh. Klingt ja in die Fenster. Haben wir nur einen Einfliegenbehälter? Ja. Mach hier die große Tür noch zu. Da kannst du gar n... Naja. Pass auf Sniper auf, übrigens. Ihr steht auf der perfekten Stelle, dies. Mein, das kommt mal hier drüben rüber. Hier siehst du auch alles. Wo, 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 wo? Hier. Guckt euch das nachher mit. Wo war das? Ich bin das. Alter, war schon schrocken. Ey, war ich erschrocken. Hi. Hallo. Ein Cheeseburger, bitte. Kuckuck. Eine Pommes, rot-weiß mit. Was zu trinken? Rot-weiß mit Sahne. Rot-weiß mit Sahne. Da drüben. Da drüben. Was ist denn das, Alter? Komm mal rein hier. Warst du das selber? Das ist hart, ey. Ehrlich, echt. Das ist ganz hart. Da drüben, hier oben in diesen komischen Korridoren. Was? Äh, von deiner anderen Seite jetzt, ja. Vorsicht! Oh, war das schön. Männchen bereit. Wann das noch kaputt? Leute, da, wo ich die Logo-Raf gemacht habe, da kann einer kommen. Ach, hören wir das zu, das ist schon mal gut. Da bewegt sich. Setcher, haben sie noch Setcher-EQ? Nein, irgendwie die Kamera? Können nur noch durch die Hauptschule kommen. Ja, oder durch die Luke. Ich bei Manus in der Oli oben aufgeschossen hab, da ist einer. Da ist einer. Ja, also, da ist bei mir oben drinne. Also, wir, wir spielen gerade verstecktes hinter dem Server. Einer ist bei mir. Mhm. Einmal aufheben, bitte. Das Nestchen kann jederzeit aufmachen. Okay, nicht reinkommen, ich sterbe. Hätte einer machen können, während er da oben platziert. Gab ihn. Ne, das war nicht. Wow, ist das hart. Komm, drei gegen einen, zwei gegen einen. Wo? Oben. Äh, oben. Was hat er sich auch? Na ja. Nachladevorgang. Definiere oben! Ach, ja, da, hier, oben, die Luke ist da. Die Luke über dir. Diese Luke über dir. Da oben. Diese Luke über dir. Der kommt nicht anders in den Raum rein, als runterkommt. Komm. Das ist hart. Ei, 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 ei. Ich hab ihn markiert. Wo ist das? Treppe? Äh, da, wo du in den kleinen Gang, also beim Cockpiten, dieses, diese, ne, wo die IT-Systeme dann reagieren. 15 Sekunden noch. Oh, schön. Hallo, sowas macht man nicht. Der war schon cool. Zombies. Ja, ja. Hat er wieder als C4 noch hingeschmissen. Da ist noch fliege. Oh, das war gerade noch mal. Frau, Alter. Am Fullsniper will ich hier aber auch nicht spielen. 1-1. Das ist richtig. Ich hab nur Kills. Aber eines ist. Wichtiges Team, wichtiges Team, ja. Ich hab die Fuse-Ladung eben abgefangen. Das hätt er noch gehabt, hätte er gewonnen. Ja. Hier, oh, 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 oh. Hallo, hallo. Oh, 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 oh. Ja, okay. Okay, okay, klar. Wuhu. Leid stolz auf mich. Bleib bitte draußen, ich will das in den Ladebildschirm sehen. Der macht den Geimgang zu. Die kennt sich alles. Aber sagt jetzt einmal nicht. Aber wer oben bleibt, der jetzt da liegen bleiben müsste. Das hab ich nicht gesehen, ob er hochgerannt ist. Naja, der ist wieder zurück. Komm noch mal hoch. Ja, da läuft auf jeden Fall einer schon. Ja, aber der wird hochgehen. Wissen wir, das glaube ich nicht auch. Denk an die AME-Hardbeatsensoren. Ja, jetzt gehen wir nur rein. Gehen wir hier rein. Ich kann das aufmachen, wenn du willst. Ach so. Naja, naja. Soll ich? Ja, mal. Da hängt C4. Auf den ersten Blick nichts. Oben. Ich fahr mal runter. Schick die Drohne rein, Randy. Ja. Unten ist die Tür auf, die wollten also rausgucken. Sofort erschossen wurden die Drohne. Ja. Unten im ersten Raum ist lustigerweise auch nichts, aber hier ist ein Loch an der Wand. Also, Gunnar, wenn du runter gehst, du hast da mit dem Sniper eine gute Möglichkeit gleich was zu machen. Also, einen könntest du überraschendensmoment mitbekommen. Also, ich bin da drinnen und da ist erst zwei. Zwei direkt links. Also, ich kann die Tür auch machen. Ja, ja. Liegt nichts. Da ist nichts. Ihr müsst auch passen. Oben ist einer direkt. Okay. Jetzt kannst du die Treppe runter gehen. Warte aber noch kurz. Nicht gut, Randy. Ja, Treppe runter. Aber geradeaus auf die Kisten. Da ist halt zwei links, Early. Guck mal, wenn du jetzt nach rechts um die Kisten gehst, ist das Loch in der Wand. Aber da ist niemand mehr hinter. Ja, aber du könntest das benutzen. Siehst du das Loch in der Wand? Ja. Geh da mal näher ran. Oh, Alter, wie viel habt denn die davon? Geh mal näher ran. Siehst du was? Kommt einer zu mir, kommt einer zu mir. Shit, jetzt ist meine Kamera weg. So, jetzt sind sie zugesmoked. Ja, die haben hier ein Loch drin, ne? Ah, nur Vorsicht oben. Rechter Seite, rechte Seite auf jeden Fall. Der ganze Raum rechts ist leer oder wie? Ja. Man kann das Schild natürlich auch ignorieren. Das ist durchaus alles möglich. Ihr habt sie auf jeden Fall von beiden Seiten jetzt. Ja, da müsst ihr aufpassen, Early. Das Early. Ja, aber dazwischen vielleicht noch wer? Zünd einfach mal Early. Nicht, bevor die anderen kommen. Ich habe Angst, sonst allein. Oben. Links. Links. Early links. Boah. Fick. Nicht sein Ernst. Das einer. Das sind zwei, zwei, zwei. Was? Alter. Ich habe zwei jetzt schon getroffen, mehrfach. Über einen davon hast du getötet, glaube ich. Nice. Total rektal ist tot. Von hinten kommt, glaube ich, einer. Keiner drin. Von hinten kommt einer. Er hat aber noch nicht mal mehr Hälfte. Nice. Nice. Gut gemacht, Leute. Gut gemacht. Wuuu. War ihnen aber auch einfach egal, dass du drin bist. Ja, es geht halt super schnell. Ja, das ist richtig. Also, das tappen man sich halt so schnell. Boah, war wieder eine schöne Angreifer-Runde gerade. Weil du einfach mal neun Kills hast und Uli einen. Und da warst du keinen. Ah, ich weiß. Ja, aber das nervt. Also, ich gebe euch ja immer die Chance. Ich bin ja immer einer der Letzten der Lebewesen. Ne, weißt du was du? Nein. Nein. Da muss ich jetzt was sagen. Du bist einer, der sitzt oben auf dem Dach und schießt die ab. Die eigene Team-Mails. Ich habe gerade den... Ja. Ja. Videobeweis. Oder du schießt zumindest an deine eigenen Team-Mails. So, hier Westen. Warum macht man hier eigentlich so eine Mini-Wende dran? Ja, ja. Das ist ja wirklich los. Dalu? Du musst gerade mit wichtigen Menschen schreiben. Oh. Das ist... Grüße gehen raus. Das ist hart. Das ist gemein. Ja, mit euch schreibe ich ja nicht. Quatsch ja mit euch. Ihr seid ja die anderen wichtigen Menschen. Besser? Nein. Ah, hier. Kreuzfeuer, Leute. Kreuzfeuer. Was? Oh, lol. Mein Raum, meine Welt. Passt du mir an die Luke, Manus? Ja. Schauer. Sind hier. Ja. Schön, dass du dir das Fenster offen gelassen hast. Ja, die Tür. Also, ist denn das da ernst? Jetzt kannst du dir das LMG hier nicht aufstellen. Hö, die stirbt in drei. Drei. Ich tue, 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 ich tue. Wow, 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 wow. Das hat er aber ganz schön gehagert auf den Kopf gerade. Wow, 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 wow. Lebt aber noch, hat mich. Oh, shit. Da müsste einer stark fliegen. Also sind drei Stück wieder auf der Seite da. Lasst sie vielleicht näher rankommen, anders lasst sie durchgehen. Was los? Oh, shit. Er hat leider noch nicht die Fenster durchschießen. Äh, 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 äh. Stop könnte Manus aufheben. Äh, Leute? Wenn die da vorn reinkommen, wenn's geht, da schießen und dann mich retten. Da kommt noch mehr, Ali, links durch den... Klick mal ein bisschen nach rechts, Manus. Sodass man dein Bein an dem Loch sieht. Also zum Loch hin, nach links für dich. Aber da, guck doch mal. Mach doch jetzt! Ali, mach dich bereit. Und... Da ist er. Wow, nice. Vertrau mir! Das ist geil. Haha! Wenn die... hinter dir ist keiner mehr? Weinen sind da da draußen. Ja, mir ist ganz, doch. Also hier gibt's noch irgendwo Schüsse. Wow, am Fenster. Richtung... Richtung LMG. Also wenn ich jetzt aus dem Fenster halt rausschießen könnte. Wenn ich hier unten rausgehe, kann ich die da oben erschießen? Ja. Kann da grad was oben vom Loch? Das ist kein guter... Hm... Ja, ne vorne. Oh! Es ist da oben einer. Ali macht den Snitch-Move. Hast du's Loch, Randy? Was? Hast du's Loch? Da ist immer noch einer vorne. Vor dem Haus. Ja, da ist noch einer. Kommt einer rein. Tja, mal jetzt. Zwei. Aber nur zwei. Der Sniper fehlt noch. Moment. Das sind richtig. Er kommt von... einer kommt von hinten. Er steht. Er steht. Er steht. Er steht. Er steht. Jetzt geht er wieder zurück. Das ist geil, das ist geil. Deswegen konnte ich dich wechseln. Hallo. War der Komplex? Können wir nochmal verteidigen. Oh nein. Oh nein. Ach, verteidigen ist besser wie angreifen. Ja, aber nimm mal hier richtige, Alter. Wir nimm hier Natascha. Mach mal Ruk jetzt noch bitte mit. Ja eben, wir brauchen mal hier Westen. Ja, wir brauchen geile Westen. Nicht irgendwelche Westen. Wir brauchen ein Problem als erstes. Wenn sich jetzt jemand vordränge, tötig. So. Auf die Westen. Also die Folge lade ich so oder so hoch. Könnte machen, was ihr wollt. Auch wenn ich dir auf den Kopf kacke. Gerade dann. Ja, gerade dann. Muss Ruk, muss Ruk. Weg vor mir, ich muss Ruk. Hau dir mal die Westen hin. Kann ich. Warte, warte, warte. Ja, kannst. Wenn die Westen schnell ist. Musst du kurz gucken, ob da keiner steht. Ja, boah. Pisst euch doch mal, dass ich so hinstellen kann. Gott, fürs Willen. Weg da. Ich hab Beste. Drei Drohnen hab ich. Gut. Töter ist es ja noch, äh, 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 dichter wird. Vier Drohnen. Egal wie dicht du bist, könnte man dichter. Und, wenn ihr macht das weg. Ne, lass. Gut. Weg, 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 nicht. Joli. Das geht dir ausrasten. Das ist echt. Kannst aber mit der Tapete reden. Eingang ist sicher. Alter. Da war gut. Genau gezielt. Kontran? Ähm, hinten im Flugzeug. Links auf jeden Fall. Ah, ne. Wo ist hinten jetzt gerade? Hinten im Flugzeug. Ist das hinter dir? Hinten im Flugzeug. Ne, ich glaube, es ist die andere Richtung. Ich bin im Cockpit. So. Du bist ein Cock. Was war hinten? Du bist im Cockpit? Dann ist das ja an der Seite. Unten kommt auch einer rein. Okay. Unten, hinten kommt einer rein. Thermite kommt hinten rein. Wechsel Magazine. Und, du hast halt die Perfektik. Werdedan. Also, es läuft hinten im Lagerraum. Das ist das ja. Ne Drohne kommt jetzt von oben vorne. Ich hab's Lando erwischt. Drohne oben vorne. Egal wie bei dir also. Die Drohne von Zermite liegt immer noch unten im Keller. Bei mir sind auf jeden Fall Steps ohne Ende. Können, werden wahrscheinlich über uns sein. Jedenfalls kam die eine Drohne, die von vorne kam. Meine Munition ist leer! Warte, was bei dir? Fuck, fuck, fuck. Äh, die bleiben mal ruhig. Ja, ich wollte dir auch mal. Dann kommt dir gleich durch die Tür gesprungen. Ja, ich wollte dich retten. Wir haben auf jeden Fall Fet-Hits am Start. Komm, ne Drohne, komm, ne Drohne. Komm, jetzt von vorne. Warte mal, wo denn? Wo denn? Oben vorne. Also, diese kleine, wo man aus dem, ja, aus dem Dach rauskommt, so gesehen. Zwei Stück. Müssten wahrscheinlich wieder Twitch und Montagna sein. Warte, hinten. Wow, lol. Also, hier, da. Ich geh mal hier weg. Ja, das wird nicht so. Übrigens kein Gläs. Das heißt, wir müssen an den Fenstern eigentlich nicht groß aufpassen. Bist noch nicht wirklich sicher, Early. Ben. Alter! Über uns, über uns, über uns, über uns. Hast du da drauf? Bist du das da, Alu? Ja. Hast du die Dings blend geschmissen? Nein. Okay. Die kommen jetzt, Manus. Ja, von oben. Schild, Schild, Schild. Pass auf. Surprise! Motherfucker! Ja, oben. Ganz oben an der Treppe, ich stehe da. Gute Ablenkung. Hörmeid ist da. Ja, sag ich doch. Wir haben sie zerfickt, Leute. Wir haben sie zerfickt, haben wir. Du bist tot, Early. Gut aufgehoben. Stark gemacht. Stark gemacht. Ey, ihr seid zu viert, ey. Holt ihn jetzt. Was macht er denn lieber auf? Wow. Ernst, nee, ist nicht euer Ernst, Leute. Wir haben noch gewarnt, macht er doch nicht ins Hemd. Ey, nee, ich bin ja nicht mehr aufgeregt. Ja, oh Gott, vom Ziel. Muss man einfach nicht so geblödel machen. So. Tschüss, Leute. War gut. War richtig gut, ey. Ey, war richtig gut, der Tude. Jo, ich bin der Sachse. Jo, ich bin der Sachse. Jo, ich bin der Sachse. Jo, jo. Tschüss.